Musik Mit Gewalt dient man nicht der Gerechtigkeit. Mit Krieg dient man nicht dem Frieden. Und mit dem Töten von Menschen dient man nicht dem Leben. Du sollst nicht töten, hat einer gesagt. Krieg kann nie gerecht sein. Denn wäre er gerecht, würde er ausschliesslich die Regierungen und Militärs treffen, die ihn wollen. Treffen tut er aber immer nur die Zivilisten. Die Menschen. Dich, mich, deinem Bruder, deine Schwester. Der Preis des Krieges ist immer das Leben. Und dieser Preis ist immer zu hoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.